Friedrich Christoph Graf zu Solims Wildenfels 11. Mai 1792 in Königstein war ein kur-sächsischer General der Infanterie. Seine Eltern waren der preußische wirkliche Kammerherr und Generalmajor Heinrich Wilhelm Otto zu Solims Wildenfels und Helene Dorothea Gräfin. Truchses von Waldburg Die Tochter des Generals Wolfgang Christoph Truchses von Waldburg. Friedrich Christoph war der Bruder von Friedrich Ludwig Graf zu Solims Wildenfels, einem russischen Offizier und sächsischen Staatsmann. Leben Friedrich Christoph schlug eine Militärlaufbahn ein, zunächst in schwedischen und dann hessischen Diensten, aber am 1742 als Oberstleutnant in die Kur-Sächsische Armee, am 13. Juli 1746 zum Oberst und am 8. Juni 1753 zum Generalmajor befördert. Während des Siebenjährigen Krieges war er unter Prinz Xaver Nachfolger von General Duhern als Kommandeur der in französischem Soll stehende Sächsische Infanterie Am 19. Juli 1759 wurde er Generalleutnant und am 26. Juni 1764 zum Chef eines Infanterieregiments ernannt. Während des Bayerischen Erbfolgekrieges 1778 kommandierte er ein sächsisches Gor unter dem Prinzen Heinrich von Preußen. Am 1. November 1778 wurde er General der Infanterie und Kommandant der Festung Königstein. Er starb dort an seinem 80. Geburtstag. Familie Verheiratet war er in erster Ehe mit Gräfin Johanna Eleonor Josefa Henkel von Donnersmark, die Witwe von Christian Ernst zu Solms Barut. In zweiter Ehe war er mit Gräfin Johanna Marie Friederike von Löser verheiratet. Beide ihn blieben kinderlos.